Dieser Volkswagen Touran ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Autos liegt bei weniger als 132.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2012. Der Van besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Szenonscheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partygefilter und noch vieles mehr. Das Automatikgetrieben des Diesel überträgt eine Leistung von 140 PS. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017